Hallo, ich bin Nathalie, ich bin 23 Jahre alt, ich studiere hier an der CIBU und heute sind wir hier für Barbecue am Bishop Beach und ja, alle sind hier, es ist super Wetter, super viel Spaß und wir senden ganz ganz liebe Grüße an unsere daheim gebliebenen Freunde in Deutschland und wollen alle ganz neidisch machen, weil hier ist es ganz toll.